Sonnenfeld 7 sucht neue Eigentümer. Die Expertin von Remax nimmt die Sache in die Hand, bringt alles auf Vordermann, prüft die Akten, checkt die Fakten, optimiert den Preis, weckt das Interesse, findet die besten Käufer, bekommt das Ja und ein Küsschen. Bewerten Sie jetzt Ihre Immobilie kostenfrei und unverbindlich auf remax.de.